So, achso, ja, willkommen zurück zu, äh, Ups, achso, wir haben schon... Oh, wir sind wahre Jedi, ja. Ich hab nur die Kloschüssel komplett gemacht. Ja, Kloschüssel ist halt alles, ne? Ja. Herzlich willkommen zurück zu, ähm, Lego Skywalker Saga. Mit dem Dave. Ja, ja, morgen. Und Dave ist eine... Aua! Ah, soll ich grad sagen. Ja, recht. Ich darf dich schlagen, du mich nicht. Wow. Okay, da wir schon wahre Jedi sind, ich weiß gar nicht mehr, wo wir hin müssen. Äh, voll bald aufdrücken. Ja. Oder nicht. Vielleicht müssen wir uns verkleiden. Äh, das ist, äh... Ja, interessante Theorie, Sherlock. Mhm. Da drin los. Wow. Ja, die haben Spaß. Freizeitaktivitäten, in der Arbeitszeit. Das gibt's nicht. Ja. Oh, ups. Aua. Aua. Ja, ich glaub, da müssen wir Alarm auslösen, ne? Ist dein Sohn, ne? So, wir können auch erst mal ne Tür aufmachen. Stimmt natürlich. Wo, wo ist er hin, da Bengel? Ich bin irgendwo reingegangen. Ja, natürlich. In eine, in eine Zelle, quasi. Ach, hier. In eine Fettzelle. Gott. Schwierig. Da geh ich wieder raus, hier. Wieso kann ich denn nicht, äh, hochspringen und dann schlagen? Sodass da irgendwie... Das weiß ich nicht. Das, äh... Kannst du das auch nicht machen? Oder so? Oh, dann, der Typ muss hier rein. Ja. Aber, ja, stimmt. Kann ich auch nicht. Hm. Hm. Ja? Okay. Ich weiß gar nicht, wohin ich damit muss. Ja, bestimmt dahin, oder? Ja. Dann scannen lassen und dann, äh... Ja. Das ist auch immer ne Fun-Frage. Ach so. Ups. Oh. Oh, der läuft. Hallo. Okay. Ist es irgendwo hier drin? Das ist, als wären unsere Sachen hinter dem Kampffilter. Wir müssen nur den Stromgenerator deaktivisch. Richtig. Ah, guck mal hier, will ich sie alle hier fertig machen, tu. Ach hier? Nee. Wozu können wir das wo rein? Hm? Ach hier. Ja, guckst du. Da, wo ich die Statue geschoben hab. Ja, ja. Sehe ich jetzt auch. Ach, guck mal. Anziehen. Jawollo. Ich brauch noch mal Hosen hier. Hosen hab ich, Han. Ach so. Ja, Moment. Ja, ich verstehe. Hm. Aber liegen hier noch irgendwo Hosen rum oder sowas? Das sieht nicht so aus, oder? Ich bin irgendwas gedrückt hier unten. Was ist jetzt das hier? Ach so, er sperrt uns die Tür dazu. Okay. Wie zerstehen wir das denn? Ach so. Okay. Ja, draufhorn. Also ist einmal die beste Lücke. Ja, draufhorn ist immer gut. Ja, draufhorn ist immer gut funktioniert. Ja, das hat etwas zu tun. Ja, das hat etwas zu tun funktioniert. Sieh nur. Ja, nun ist alle rum. Ich glaube mal im Kreis. Das hat uns noch gefehlt. Ah, weapons. Lass uns hier nicht länger als mit. Ah, jetzt kann ich mich auf jemanden drauflegen. Ja, ich habe schon gesagt. Ja. Müssen wir da oben drauf? Ach so. Wo wollen wir das jetzt? Hinter dir. No, das habe ich gesucht. Ach so, da können wir gar nicht drauf, oder? Ne, das ist zu hoch. Das ist zu hoch für mich. Das ist richtig. Aber dafür kommen wir hier raus. Prüße wieder die ganze Läule. Ja, das ist sicher. Oh, hier sind Hosen. Also hier ist aber auch nicht. Ja, hier ist ein bisschen was los. Verzeihung. Wieso zeigt uns denn die Quiz noch an, dass wir da... Hier, hier musst du was machen. Äh, wo bist du denn? Ja, hier. Ach so, da hinten? Ja, warte mal, ich habe gerade bei deinem Bildschirm geschaut. Dann, äh... Hä? Oh, dann. Genau. Ich weiß gleich. Wo bist du jetzt? Ah, ja. Da, wo das Laserding herkommt. Okay. Ja. Du warst. Hm. Catch a grenade for you. Äh. Ja, und jetzt? Was macht da nur Ruhe? Ja. Und nu? Ach so. Also links hatte ich gerade. Ah, links hast du gerade gehabt. Ja, ja. Und jetzt unten, oder wie oder was? Anscheinend. Verstehe ich nicht. Aha. Ah. Ach so dumm. Ja, siehst du. So gar nicht. So blöd sind wir nicht. Nicht ganz. Aber beinahe. Okay. Oh, hast du was gefunden? Mhm. Hm. Das ist schön. Da, nimm ihn mit. Ähm. Ziehen. Ach so. Ach so. Ach, lol. Na gut. Ich verstehe. Ach so, ah, okay. Beispiel. Ja, gut. Ich dachte schon, wie komme ich denn da rein? Hat jeder nicht. Ich habe immer mit Farbe gespielt. Ja, das ist aber okay für mich. Damit komme ich klar. Oh, nämlich. Okay, wir haben soweit erst mal alles. Also jedenfalls soweit, wie es geht halt. Ja. Hier geht nicht, weil, ja. Roboter. Oh, ach so. Perfekt. Ja. Geht nicht? Aber. Ja. Das geht nicht. Ah, ja. Oh. Na. Ach so, irgendwas muss den Schalter... Ja, okay. Warte, warte, warte. Ja. Ach, verdammt. Scheiße. Ach so, oh. Ach so, ja, gut. Dann schieb mal das Pfeil darauf. Stimmt, das ist die einfachste Lösung. Ja, manchmal ist es aber auch. Ja. Ähm. Ja, der hat mich angerufen. Ja, ich sehe schon. Alleine schaffen wir das nicht. Dieser Schalter muss irgendwie beschwert werden. Oh. Ach so. Im Gegenteil davon. Ups. Das, äh... Nun. Hm. Das wollte ich ja gar nicht. Ja, gut. Oh. Das ist okay. Die Wachen werden jeden Moment hier sein. Und jetzt? Wir sind vom Widerstand. Mhm. Sie müssen hier durchgekommen sein. Was ist ja nicht? Oh. 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 Ja, ich war das. Meister Skywalker. Na, ist der Code-Knacki. So, das haben wir natürlich geschafft. Ja, also. Das ist irgendwie dem Spiel ziemlich einfach, so Variable zu werden. Ich meine, das hatte ich bei anderen Spielen, glaube ich. Das war viel. Ups. Ich fand das, glaube ich, bei anderen Lego-Spielen irgendwie schwieriger, als Variable irgendwie. Also zumindest die Leiste voll zu kriegen. Ja, ja, durchaus. Gut, ich weiß gar nicht, darfst du in den vorigen Teilen überhaupt auch dieses multiplizieren? Von diesem Punkt nicht, oder? Nee, nee. Das ist ja hier der Vorteil halt. Das stimmt, ja. Ach, wir haben drei Sachen eingesammelt da? Ja. Ja. Und zwei sind es halt wie gewesen. Okay. Ach, du bist die Wollmütze jetzt gerade wieder? Ich bin wieder da für ein Mandel, ja. Scheiße. So immer. Ich bin wieder da, 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 ich